Ja, Panzer sieht mich nicht und ich habe das Mörser-Team kaputt gemacht, ja. Dann können wir hier angreifen. Ich gehe noch ein bisschen weg von dem Mörser-Bischofs. Und die schaffen es immer noch nicht. Ja, mein Panzer hat ein bisschen Leben verloren. Ach, wie schlimm. Sie lassen dafür schöne Waffen liegen, die mir aber leider nichts bringen. Leider, leider. Du bist nicht sichtbar. Nein, bist du nicht. Ach, jetzt ist wieder der Mörser da. 48 Kills. Und davon die meisten mit nur so wenig Leben. Auch eine feine Sache. Der Panzer kümmert sich gar nicht, ob da ein Sniper ist oder nicht. Jetzt können wir es sehen, aber ich bin schnell genug weggegangen. Gut, ich gehe schon. Na, na, lass mich... Hat immer noch so viel Leben. Gibt's doch gar nicht. Na, jetzt aber. Na, da hinten ist noch ein großer Teil Gans. Ja. Ja, auf jeden Fall. Werde ich jetzt da hinten auf den Teil des Gebäudes schießen. Weil da eben noch so viel Gans ist. Da kommen schon wieder neue. Die verstehen es doch nicht, oder? Achso, wenn der übrigens tot ist, ist es ganz schlecht. Das ist dann ganz schlecht. Die haben wir leider nicht erwischt, aber... Ich behalte meine Sniper lieber. Und was, wir haben... Nein, die Artillerie hat kein einziges Mal getroffen. Warum? Wo ist da der Sinn? Knapp vorbei. Ach, getroffen. Okay, warum bleibt das stehen? Vielleicht gehört das so. Ich bin kalt wie Eis. Lautlos wie eine Schlange wie Eis. Habe alles, nur kein Tierscharfschützer. Hab ganz oft auf ihn geklickt. Also die haben schon so einige Einheiten hier rumgammeln. Die uns aber kein Problem machen. Nein, nein. Ihr macht mir keine Sorgen. Schwankende Metallteile. So, hier nochmal ein bisschen drauf. Schon wieder ein neues Meister-Them. Ihr wollt mich echt verarschen. Oh. Wohl doch nur noch zwei. Hi. Fehldetonation war das vorhin. Ach ja, auch kaputt. Sie sind sogar drauf gestanden, als es eingestürzt ist. Dann werden wir hier vernichten. Bisschen da davor, vorm Gebäude. Kann man da vorgehen? Kann ich? Ja, ich kann. Aber es bringt mir halt nichts. Ich hätte die Medaille so gerne. Aber war ich leider ein bisschen zu langsam. Und die Artillerie einfach ein bisschen zu ungenau. Hätten wir genaueres Artilleriefeuer gebraucht. Nein, mein Scharfschütze ist tot. Ach. Ach, was soll's. Ja, arme Scharfschütze. Überwalzen wir sie. Welchen Trupp habe ich hier? Die Nummer? Äh, hab ich gar keine Nummer. Dann seid ihr halt jetzt Nummer... Eins. Und zermatscht die Gegner, die da vorbeikommen. Und Nummer zwei... Geht auch davor und zermatscht alle Gegner. Los, los, weiter, weiter. Nee, ich kann hier gar nichts aufnehmen. Ja, Angrechtsbewegung sollte ja auch reichen. Moment. Dorthin. Dann sterben die hier auch. Ja, doch. Hat schon funktioniert, so wie ich's mir dachte. Bis auf das, dass der Sniper gestorben ist. Und dass ich die Medaille nicht hab. Los, los, los. In BK-Mod macht den Motor vom Panzer übrigens Feuer ganz viel aus. Hier halt nicht. Aber in BK-Mod. Und wo spielen wir nicht? In BK-Mod. Hm. Aber die haben trotzdem keine Chance. Sind zwar besser, aber so viele können auch nichts ändern. Ja, komm. Die zwei werden wir auch noch los. Hoffe ich zumindest. Halten sich ziemlich gut. Also er hält sich gut. Also... Jetzt sind beide tot. So, dann wollen wir doch mal sehen, was er jetzt macht. Ich würde ja wegrennen, aber... Können sie ja nicht. In jede Richtung sind wir. Gegner. Los, das sind lauter Mörser. Die Mörser sind auch gefährlich. Einfach mal vorbeifahren. Einfach mal uns treffen lassen. Artillerie hier drauf. Vielleicht ein bisschen wegfahren, wenn wir da Vollgas Artillerie drauf machen. Hätte schon was Tolles. Alle weg. Infanterie kommt auch schon her. Lieber ins Meer, oder? In Ordnung. Bleibt in Bewegung. Geht weiter. Ja, Fritz. Der Krieg ist vorbei. Vorwärts. Sergeant Conti, das Hauptquartier hat einen Spezialauftrag für uns. Wir rücken ab. Mission erfüllt. Oh Mann, ich wollte meine Medaille-Sprenger in Richtung zerstören. Haben wir nicht. Knapp. Aber wer weiß, vielleicht holen wir es ja nach. Hauptmissionsziele. Den Dorfplatz sichern, natürlich ganz einfach. Dann Küsten, Batterien zerstören. Und Hauptquartier der Achsenmächte zerstören. Sekundäre Missionsziele. Gebäude zu Baracken verbessern. Ja, haben wir glaube ich auch gemacht. Ganz am Anfang. Musst du mir das glaube ich machen? Ja gut. Schauen wir mal in die nächste Mission rein, fortfahren. Was da so abgeht. Ich weiß, haben wir in Sherbro über 40.000 deutsche Gefangene gemacht. Warum zu glauben, dass wir so hart kämpfen mussten, nur um zu guter Letzt einen Trümmerhaufen in Besitz zu nehmen. Die Deutschen hatten dem Hafen so stark zugesetzt, dass es Monate dauerte, bis wir ihn endlich benutzen konnten. Und trotzdem hatte die Eroberung der Stadt auch ihre guten Seiten. In einem versteckten Bunker fanden wir Geheimdokumente der Nazis. Dies sind die Blaupausen der V2-Rakete. Ihre Basis liegt versteckt in einem Tal im Süden, nahe der Stadt Sotterwarst. Die Anlage, die allem Anschein nach noch nicht fertiggestellt ist, ist zur Hälfte in die Erde eingelassen. Die Startrampe selbst wird stark verteidigt, was den Einsatz von Bombern von vornherein ausschließt. Aus diesem Grund werden wir Fallschirmspringer einsetzen. Nach Einbruch der Nacht werden die Fallschirmjäger innerhalb der Mauern der Basis abgesetzt. Diese werden dann zu Fuß gegen die Basis vorgehen. Es ist eine sehr gefährliche Mission. Viel Erfolg. Ja, lasst wir noch kurz laden und schauen uns mal an, was hier so geschieht. An dieser Raketenstellung. Diese stark bewachte Raketenstellung. Mit V1-Raketen. Oder war es V2? Nein, ich glaube V1. Am Anfang. Und zwar. Du tudu. Du tudu. Drei zum Start. Drei, zwei, eins, feuer! Drei, zwei, eins, feuer! Unser Hauptmissionsziel ist die V2-Startrampe, die sich genau hier befindet. Wenn wir dort Sprengladungen anbringen, wird dies eine Kettenreaktion auf Kettenlösen, die wahrscheinlich den ganzen Stützpunkt zerstören wird. Der Stützpunkt wird von Flugabwehrgeschützen gesichert. Diese begrenzen den Bereich, in dem es uns möglich ist, Fallschirmspringer abzusetzen. Schalten Sie diese Flugabwehrgeschütze so schnell wie möglich aus, um weitere Absprungzonen zu öffnen. Damit der Nachschub nicht abreißt, werden wir hier beim Hauptzugang einen weiteren Angriff starten. Denken Sie daran, wir haben dort keinen Stützpunkt. Das befeinte, dass wir einiges Lager einnehmen müssen, um an schwere Waffen zu... Ah, ja. Bring wir es hinter uns. Okay, das war ein bisschen komisch hier. Allein die Bilder waren nicht da, der Text war ganz seltsam. Und zwar in Doffro 2 der Kick. Okay, ihr habt den Käpt'n gehört. Wir müssen diese Startrampe ausschalten. Ja, und ich, ähm, ja. Hier werden wir nächstes Mal weitermachen. Ich werde mal erhoffen, dass es beim nächsten Mal nicht mehr ist. Das ist nämlich ganz komisch, die zur Fehler. Und... Wenn wir den Zugang halten, können wir dort einen Nachschubkorridor errichten. Je länger der Korridor offen bleibt, desto mehr Zeit bleibt der Able Company, um Verstärkung hindurch zu schicken. Vorrücken und die Statik geschwichtige Position besetzen. Okay, kann ich jetzt wieder reden, ja. Und dann werden wir nächstes Mal weiter weitermachen, ja. Und bis zum nächsten Mal.